Guten Tag, herzlich willkommen zur Übungsstunde. Jetzt wird Deutsch gesprochen. Nachtisch. Was ist man in Deutschland? Wiederhole nach mir. Die rote Grütze. Die rote Grütze. Der Vanillepudding mit Himbeeren. Der Vanillepudding mit Himbeeren. Das Spaghetti-Eis. Das Spaghetti-Eis. Die Schwarzwälder Kirschtorte. Die Schwarzwälder Kirschtorte. Die Schokoladentorte. Die Schokoladentorte. Die Prinzregententorte. Die Prinzregententorte. Die Erdbeertorte. Die Erdbeertorte. Der Käsekuchen. Der Käsekuchen. Der Marmorkuchen. Der Marmorkuchen. Der Streuselkuchen. Der Streuselkuchen. Die Donauwelle. Die Donauwelle. Das war's zum Nachtisch. Gut gemacht. Du möchtest noch mehr üben? Weitere Podcasts und Videos findest du auf www.barbelia.us. www.barbelia.us. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.